Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde JavaScript. Es geht heute los mit den Operatoren, was ihr also alles machen könnt mit euren Variablen. Dazu schreiben wir uns jetzt hier einfach mal statt Hans eine weitere Zahl rein, nämlich 1337. Also wir haben die zwei Variablen Hans und ABC für die Leute, die letztes Mal nicht eingeschaltet haben. Und jetzt können wir hier einfach mal verschiedene Sachen machen. Plus kennt ihr schon, wenn ich jetzt hier Variablen addiere, das heißt ich habe Hans plus ABC, dann kommt einfach folgendes raus, einfach die Addition von den beiden. Gut, das sollte klar sein, Minus funktioniert genauso, genauso wie Mal und Geteilt. Das sind so die Standardoperatoren, die man so kennt aus der Schule und weiß Gott woher. Aber was jetzt vielleicht neu ist, ist der Prozentoperator, den kennt man vielleicht auch aus der Schule, aber nicht unbedingt direkt. Gut, und zwar Prozent, dazu mal ein leichteres Beispiel. Wir nehmen hier einfach mal 4 und dann 3. So, was wir jetzt machen ist, wir teilen Hans durch ABC. Also sagen wir Hans durch ABC, ja aber was ist es denn? Es ist 4 Drittel, naja wir arbeiten mit Ganzzahlen, also 4 durch 3. 4 durch 3, jetzt erinnert euch mal an die Grundschule, ist 1 Rest 1. Und dieser Rest, der wird ausgegeben, das heißt, wenn ich das jetzt hier ausgebe, dann steht hier nur 1. Das heißt, wir geben diesen Rest aus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 7 ausgebe, dann haben wir auch Rest 1, obwohl es 2 Rest 1 ist, wird auch 1 ausgegeben. Also es geht immer um den Rest. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier 2 ausgebe oder 2 als Zahl reingebe und das durch 3 teilen, dann habe ich 0 Rest 2, also auch wieder diese 2 wird ausgegeben. Immer der Rest sozusagen. Braucht man, wenn man irgendwie grafisch was machen möchte, sehr sehr häufig, vor allem mit Sprites oder sowas, wenn man damit arbeitet, dann braucht man eigentlich immer dieses, ja dieses Prozentrechnen. Also Modulo rechnen wird es auch genannt. Okay, dann noch was weiteres. Wir können statt plus 1, können wir auch einfach plus plus schreiben. Also wenn ich jetzt hier schreibe, Hans plus plus und danach direkt wieder ein Semikolon und dann mal nur Hans ausgebe, dann passiert folgendes. Ich bekomme 3 ausgegeben. 3 deswegen, nicht wegen ABC, sondern weil 2 plus plus und das wird dann auch wieder in der selben Variable gespeichert. Das heißt, im Prinzip steht hier Hans gleich Hans plus, ups, plus 1. Da war der Finger ein bisschen zu weit links auf dem NumPad. Okay, also im Prinzip ist plus plus nichts anderes als eine Kurzschreibweise für Hans gleich Hans plus 1. Da man das sehr sehr häufig braucht, wenn man irgendwie mit Schleifen arbeitet, die wir uns auch noch anschauen werden, keine Sorge, hat man dafür eine Kurzschreibweise entwickelt und schreibt jetzt deswegen plus plus. Analog gibt es auch minus minus, da wird einfach dann Hans um 1 verkleinert, also es kommt am Ende dann 1 raus gerade bei uns. Und es gibt noch weitere Kurzschreibweisen. Plus gleich zum Beispiel, plus gleich 5 zum Beispiel, ist dasselbe, wenn ich jetzt schreiben würde Hans gleich Hans plus 5. Das heißt, ich habe eine Kurzschreibweise dafür, ich brauche dieses Hans plus nicht hinschreiben, sondern ich schreibe einfach plus gleich hin. Und habe dann direkt Hans gleich Hans plus 5 da stehen, also Hans gleich 7, also 7. Okay, das heißt, wir haben hier mehrere Kurzschreibweisen, geht natürlich auch mit Minus, mit Mal und mit Geteilt. Das heißt, hier würde dann 2 durch 5 ausgegeben werden. Naja, 2 durch 5 haben wir ein kleines Problem. Das wäre 0,4, da müssen wir jetzt sogar implizit einen anderen Typen benutzen, nämlich Kommazahlen. Aber das macht alles JavaScript für euch, da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Alles kein Problem. Okay, super. Geht sogar mit Modulo übrigens, ist allerdings, weiß nicht, den habe ich glaube ich noch nicht einmal benutzt hier, den Modulo-Gleich-Operator, der ist nicht so wirklich wichtig. Okay, kleines anderes Beispiel noch, was man machen kann, wenn man mit Buchstaben bzw. Strings und mit Zahlen irgendwas macht. Wenn ich jetzt hier, also wie das plus bei Buchstaben oder bei Strings funktioniert, haben wir uns ja schon angeguckt, wenn ich einfach plus benutze, dann hänge ich was hinten dran. Wenn ich jetzt aber hier folgendes mache, ich habe hier einen String und ich habe hier abc gleich 3, also als Zahl 3. Wenn ich das so schreibe, dann ist es auch ein String, also eine Zeichenkette, aber wenn ich es einfach als 3 schreibe, dann ist es eine Zahl. So, und in vielen anderen Programmiersprachen gibt es da richtig große Probleme, wenn ich Hans plus abc mache, aber bei JavaScript ist es nicht so, da kommt einfach das hier raus. Ich hänge einfach eine 3 an meinen String dran, sozusagen als weitere Zeichenkette. Das ist wunderbar praktisch, kann man sehr, sehr häufig benutzen. Okay, noch ganz kurz eine Anmerkung, wenn ihr irgendwie mit vielen Zahlen arbeitet, also sowas wie, ihr habt mindestens 3 Variablen und ihr wollt sie irgendwie, ihr wollt mehr damit machen oder es können auch nur 2 Variablen sein. Ihr wollt zum Beispiel mehrere Male irgendwas addieren, dann könnt ihr auch Klammern setzen. Also ihr kennt vielleicht Klammern noch aus der Schule. Viele Klammern haben immer Vorrang, wenn ich jetzt Hans plus abc minus 3 rechne, dann steht da 42 plus 3 und danach wird erst nochmal 3 abgezogen, wohingegen, wenn ich Hans plus und dann 3 oder abc minus 3, dann wird abc zuerst minus 3 subtrahiert und dann wird es auf Hans drauf addiert. Macht hier jetzt natürlich keinen Unterschied, aber trotzdem ist es wichtig in manchen Fällen, zum Beispiel mal und so weiter und so fort, aber auch wenn ihr irgendwelche größeren Berechnungen habt, sind solche Klammern sehr vom Vorteil. Nicht vergessen, da habt ihr dann auch noch Zugriff drauf. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Nächstes Mal schauen wir uns die Strings ein bisschen genauer an, was man mit denen noch alles machen kann. Da gibt es nämlich dann auch verschiedene Methoden oder Funktionen, die ihr aufrufen könnt, die euch das ganze Leben ein bisschen leichter machen. Okay, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!